hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen video auf meinem kanal ja heute gibt es den nächsten teil von labyrinth und ich bin gerade auf dem weg zum officer dass der uns erzählt wo der eingang ist also zum glück habe ich den noch gesehen holy shit der leuchtet sogar mit mit der taschenlampe zu mir weiter wie soll ich denn das machen ich würde sagen muss ich mit einer sniper mit einem sniper schuss mit einem schönen präzisen ausknipsen okay jetzt rennt er weg ach du scheiße alter das sind zwei deswegen jetzt machen kann ich jetzt bitte mal über den scheiß baumstamm hier kommen scheiße alter das ist so ein abfahrt ohne scheiß der typ geht mir richtig heftig auf den sack mann mein gott ist das risky was ich immer holy moly okay das sind jetzt alle drei markiert das sind nämlich sogar drei was ich jetzt machen werde ist mal eine granate glaube ich werfen also das heißt eine granate eine mine eher gesagt legen ja dann zeit mal auf der hut komm lauf rein hä als ob die nicht reinlaufen in die mine hä was ist denn mit den minien los jetzt mal retalk alter ich hätte auch einfach mal einen stein werfen können das haben wir noch nie gemacht um irgendwie gegner aufzuteilen oder abzulenken oder wie auch immer aber naja aber was ich mich frage warum die scheiß mine nicht hoch gehen leute die sind genau auf den minen da unten schwul ist das jetzt mal ohne scheiß vielleicht steht da noch meine beschreibung irgendwas schade dann würde ich sagen nehme ich jetzt einfach meinen stein und versuche die abzulenken ich weiß gar nicht ob das jetzt geht momentan okay scheinbar geht's oh mein gott oh mein gott kommt halt dich fest spring doch hoch junge alter what the fuck okay da nehme ich mir jetzt erstmal das schalldämpferkit ups sehr schön und dann nehme ich mir die pistole und dann schaue ich was hier so geht ok da scheint irgendwo alter die pistole ist ja mal übertrieben geil holy fuck leider konnten wir jetzt den typen nicht verhören aber wenigstens konnten wir unser leben retten alter nice man das hier ist scheinbar der offizier alles klar ach da ist seine waffe ich dachte schon so wunderschön warte was holy fuck das hat gerade übelst gelackt die pistole ist absolut die beste waffe aller zeiten ja moin ich will die lindern aber momentan sind irgendwie diese minen das bescheuertste überhaupt aber naja jetzt muss ich den fucking eingang selbst finden oder was ja moin wahrscheinlich oder das muss der richtige weg sein scheint offen zu werden ok da vorne haben wir schon mal wieder was sind sogar zwei feinde sprich ein double kill ist möglich wenn sie sich richtig positionieren beziehungsweise wenn ich mich vielleicht richtig positioniere aber ja scheiße jetzt ist kein double kill mehr möglich ich habe extra so gewartet bis ich den schuss abgebe so der typ wird jetzt gleich wieder kommen wahrscheinlich hallo ich könnte auch hier einfach so den schuss irgendwo machen aber ist ja nicht sinn der sache so sniper kugel oder doch lieber pistolen kugel ich weiß nicht ob da noch andere gegner rumstehen irgendwo die dann den sniper schuss beziehungsweise den kugel entschleckern scheinbar nicht aber ich höre stimmen sprich da in der nähe ist auf jeden fall gleich wieder was wobei es auch sein kann dass es einfach durch diese gänge extrem halt so jetzt brauche ich aber trotzdem mal mein nacht sich gerät bitte ich verwende es jetzt nämlich trotzdem mal ein bisschen weil manchmal hilft es halt was aber wie gesagt ich finde es sollte einfach noch effektiver sein da oben ist einer zack der war schön so weiter geht's so wo ist der nächste ich denke wird bald irgendwo der nächste rumschwören hm 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 genau die pistole ist hier denke ich erstmal am sinnvollsten jetzt muss ich hier halt schauen. Hä, what the fuck? Was soll ich denn da rüberkommen? Muss ich da runterkleidern oder was? Scheinbar. Da nehme ich jetzt auch mal das Ding weg. Oder auch nicht. Zeig da rüber. Boah, Alter. Okay. Gut, da ist nichts weiter. Da komme ich auch so runter. Unversehrt. Alter, das ist so ein langer Weg. Hey, warte mal. Da muss ich doch gar nicht lang. Muss doch wenn, dann hier oben lang, oder? So. Ich denke mal, dass ich hier den kleinen Lichtern folgen kann. Und dass ich dann auch zum Ziel komme. Vorausgesetzt, ich renne hier einfach den Gegnern wie so ein Gestörter in die Arme. Alter. Ohne Scheiß, Mann. Die Pistole ist richtig geil. Es macht voll viel Spaß, sie zu zacken. So, da ist eine Waffe. Alter, ich habe so viele mechanische Teile. Ich kann mir ja langsam wahrscheinlich selber eine AK bauen. So viele AKs, wie ich schon geplündert habe. Da ist die. Ja gut, ne? Okay. 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 Da muss ich jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Okay, da scheint niemand zu sein. Wo sind die Nächsten? Das ist die Frage. Alter, dieses Labyrinth ist so... Hoffentlich ist der Weg richtig. Ach, krack. Ja. Geil. Geil, geil, geil. Oha. Doch nicht geil. Super, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Starf kann man das doch hier gar nicht mehr machen, oder? Sehe mich nicht, bitte seh mich nicht. Alter. Boah, scheiße. Ich wollte den Double Kill machen. Doch, ich glaube, man kann Stealth machen. Wenn der jetzt hier wegläuft, kann ich vielleicht den hier unbemerkt ausschalten. Ich probiere es jetzt oder nie. Komm. Scheiße. Fuck, der hat es gesehen. Der hat sich genau umgedreht. Scheiße. Sein Schuss war so laut. Es hat einfach überall durch dieses Gelände geheilt. Oh, Mann. Wieso habe ich den Schuss verfehlt, den ersten? Dann hätte er noch nicht geschossen. Ach, na ja. Ja. Ich gehe jetzt noch am Fluss entlang. Und. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich beende den Part jetzt schon. Die Aufnahmezeit ist auch lang genug. Ich bedanke mich bei euch trotzdem fürs Zuschauen. Ja. Alter, ich habe die ganzen letzten. Also die ganze Mission bisher. Habe ich Panzerbrechende Muni genommen. What the fuck? Nein, das wollte ich nicht. Alter. Okay. Zum Glück haben keine Slowmotion-Kill-Kammer. Na gut, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss. Jetzt mal ruhig. Tschüss. Tschüss. Und. Tschüss. Vielen Dank.